Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Update-Video oder News-Video kann man auch sagen. Ich habe mich gerade in Fortnite eingeloggt, denn heute ist ja ein neues Update rausgekommen und wie es ausschaut, habe ich von Epic Games ein paar Items geschenkt bekommen, weil ich einen Skin habe, der sehr wahrscheinlich bald in den Shop kommen wird, weil sie den Skin geupdatet haben. Und ich glaube, ziemlich viele von euch warten auf diesen Skin und zwar geht es heute um den Lebkuchenmann, Leute. Den hier, ihr kennt ihn vielleicht und ich habe übrigens auch Backpacks dazu bekommen. Einmal hier diesen Lebkuchen-Backpack und einmal das hier. Auf jeden Fall, bevor das Video richtig anfängt, falls ihr mich supporten wollt, geht auf jeden Fall in den Fortnite-Item-Shop unten rechts auf Unterstütze ein. Creator gibt dort fix ein, also F-I-X-X. Es läuft manchmal aus und wie bei mir zum Beispiel gerade und dann stehe ich wieder oben rechts bei euch drin. Vielen Dank für euren Support, Leute. Auf jeden Fall, habe ich mich gerade eingeloggt und dann ist so, yo, du hast jetzt neue Items. Und ich denke mir so, hä, wieso habe ich neue Items? Auf jeden Fall habe ich einmal diesen Vogel hier als neues Item bekommen. Im Nussknacker-Set ist er dabei, also es gehört zum Nussknacker, dieser Backpack. Und dann habe ich einmal den Lebkuchen-Boy bekommen. Ähm, wenn ich ihn finden würde. Welche Farbe hat denn der? Hier einmal den Lebkuchen. Anscheinend gehört der zum Lebkuchen-Set. Zum Lebkuchen-Mann. Ziemlich nice, dass ich jetzt ein Backpack dazu habe. Und ähm, dann hat sich nämlich hier noch was geupdatet beim Lebkuchen-Mann. Man kann jetzt den Stil bearbeiten. Und man hat jetzt einen Happy-Lebkuchen. Was geht, Bro? Der war davor ja immer traurig. Dann hat man einen verbrannten Lebkuchen, der sogar noch so glüht. Richtig nice. Also, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr fett. Und dann haben wir hier auch noch diesen Happy-Verbrannten Lebkuchen-Mann. Richtig crazy, Alter. Auf jeden Fall, ich schätze, dass morgen der Lebkuchen-Mann im Shop sein wird. Oder übermorgen oder so. Weil die haben jetzt heute mit dem Update das reingebracht. Und heute im Gegenstand-Shop ist er noch nicht. Deswegen wird er wahrscheinlich morgen oder übermorgen oder so kommen. Und falls ihr euch den Lebkuchen-Mann kauft, supportet mich auf jeden Fall als Creator. Unten rechts unterstützt ihr einen Creator Fix. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ihn euch kauft. Ich muss sagen, er schaut richtig fett aus mit diesem verbrannten Ding hier an der Seite. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, auf einen kleinen Livestream. Ich zocke jetzt so ein bisschen mit dem Skin. Kommt auf jeden Fall vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Und falls ihr noch ein richtiges Video von mir sehen wollt, schaut auf jeden Fall vorbei. Das habe ich heute früh um 6 Uhr hochgeladen. Ist jetzt hier rechts auf der Seite verlinkt. Und ja, wir sehen uns gleich auf Twitch hoffentlich. Klickt den ersten Link in der Beschreibung. Wir zocken ein bisschen mit dem Lebkuchen-Mann. Dann seht ihr, wie er in-game ausschaut. Und ich muss sagen, er schaut richtig nice aus, Leute. Wie er brennt, Alter. Mega krass. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich im Livestream oder bei meinem Video von heute früh. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch den holt, ey. Crazy. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020